hallo mein name ist kai suko von beamer 24 ich möchte jetzt heute hier einen sehr hochwertigen deckenhalter vorstellen den chief keytech den gibt es sowohl in schwarz als auch in weiß man hat hier am halter direkt schon einen kleinen kabelkanal mit einer öffnung in die man das kabel direkt rein drücken kann und ich habe hier unten einen schnell wechsler mit einem schloss der schlüssel ist jetzt hier mit eingefügt und angebracht das kann man natürlich alles das ist eine transportsicherung auch gleichzeitig das kann ich wegnehmen und rausnehmen und wenn ich jetzt den hebel öffne dann kann man den hier so seitlich rausnehmen ja den beamer wie befestigt man den hier ist es ja auch so dass man dass der beamer auch hier ein bisschen mehr wiegen darf also es gibt ganz viele halter die da nicht so stabil sind aber bei dem keytech also der ist wirklich so stabil und robust ich sage das jetzt hier auch mal von der decken befestigung her das heißt also man kann auch hier zum beispiel mal da muss das loch nicht hundertprozentig millimeter genau geburt sein weil man hat in der decke immer mal ein bisschen stahl oder so dass man da ein bisschen abdriftet das ist hier nicht so wild dann kann man das im prinzip auch verschieben und hat ein bisschen spiel drin dann ist er auch sieht man hier tüv zertifiziert und ich kann auch hier eine gewisse schräge ausgleichen und jetzt zeige ich mal für den jetzt mal hier hin es gibt hier im lieferumfang auch gewisse facetten und das dann hinterher wenn es zum beispiel eine abgehängte decke ist schöner aussehen zu lassen und werden das sind die mitgelieferten arme also vier stück genau sind im lieferumfang dabei und ich habe hier universal bohrungen das heißt ich kann jetzt mir irgendeine bohrung nehmen festschrauben verstellen und habe hier eine hülse die ist auch noch mal hier verstellbar das heißt hier kann ich auch noch mal ein paar millimeter ausgleichen kann diese hülse direkt auf den projektor schrauben und dann wenn das ganze hier befestigt ist kann ich dann von unten einfach hier den den diese befestigung so so rum ich war falsch rum einfach ein klicken lassen schon und schon ist das fixiert und fest also das ist eine sagenhaft durchdachte deckenhalterung ein tolles system und auch sehr stabil wird auch im businessbereich sehr gerne verwendet und es gibt hier auch verschiedene längen wie gesagt das so muss man dann mal bei uns auf der beamer seite mal nachschauen was gibt es denn da noch für alternativen und längen wobei natürlich umso länger der deckenhalter wird desto labiler wird das ganze das heißt man muss darauf achten dass das ganze auch dann noch stabil ist ja und hier habe ich auch noch zwei stück stellschrauben wo ich das ganze noch ausziehen kann und kann das diesen halter noch auslängen und hier nochmal weiß ich nochmal auf den auf die auf das schloss hin dass ich mit einem schlüssel hier abschließen kann damit man das ganze hier nicht mehr öffnen kann und auch nicht mehr praktisch entfernen kann diese ganze adaption ja und hier im lieferumfang noch weiter mit dabei hier gewisse hülsen für verschiedene fabrikate und typen und auch situationen ich habe hier verschiedene ich habe hier m3 m5 habe hier wahrscheinlich auch stärkere kann es jetzt hier nicht genau erkennen ich gehe mal davon aus m6 und habe meine im bus schlüssel standardmäßig dabei das heißt alles was man braucht das sind jetzt noch vier dübel und das ist jetzt eine bohrmaschine und ein steinbohrer schlagbohrer und kann das ganze dann an der bettung decke installieren ja bei weiteren fragen stehen wir sehr gerne zur verfügung auch online und entweder per e mail oder uns gerne an und wir würden sie dann auch noch weiter beraten wenn man ein bisschen mehr geht ist dann ist es dann doch mal auf die rühne ich gehe sie ich sehe es kann man das diese geistige die sind die sich immer noch weiter an für eine rühne werden muss ich hoffe ich will also ganz einfach wieder